Auf der Konsole müsstest du die PAS Blaupausen finden können. Prinzipiell sehr intelligente Raketen. Ja! Zentrale, Anfallkontakte! Erbitte Befehle! Der Wettbewerb ist unterwegs. Ich brauche das Ding. Helikopter im Angriff, wir geben mich zum Einsatzgebiet. Helikopter im Angriff, wir geben mich zum Einsatzgebiet. Bestätigt. Feind jetzt in einem Heli. Ich sehe das Ziel nicht mehr. Leite Suche ein. Ich hab die Möge auf die Hölle. Ich erinnere mich schon. Ich bin hier ein. Mein Tier ist wieder ein. Wir haben einen Grund, dass sie sich ausstehieren. Die Gegend werden sich total an, was wir haben zu 25." Ich muss das überhaupt gehen. Ich werde mich zu diesem Fall vergrößern. Ich bin hier sehr. Ich werde das Widerschengabe. Ich bin hier nicht mehr. Das war's für heute. Das hat wehgetan. Wups. Das hat wehgetan. 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 Das wären dann alle. Mist. Die Blaupausen sind völlig unverständlich. Müssen verschlüsselt sein. Im Fabriksystem gibt's einen Kodierungsschlüssel. Ohne den sind die Blaupausen nutzlos, die du gefunden hast. Stöpsel mich ein. Ich markiere dir einen Zugangspunkt weiter unten auf dem Dach der Verwaltung. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Tschüss. Deineóm. Das hat heller gewollt. Das hat wehgetan. Das hat uns nicht. Dann schweizen. Das hat uns nicht. Das hat uns nicht. Dester. Es war immer mit Ohren. Das Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichert. Bereithalten! Bein Kontakt im Sperrgebiet! 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 Fahre den Transmitter hoch. Ich versuche, den Codierungsflüssel so schnell wie möglich zu finden. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Schickt jede einzelne Drohne los. Bringt den Turm zum Einstürzen. Sorgt dafür, dass der Transmitter nicht zerstört wird, Rico. Halt sein Mann, Marsch, Rico. Du musst diese Drohnen vom Transmitter fernhalten. Der wird nicht ewig durchhalten. Ich weiß, der Transmitter. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Schickt jede einzelne Drohne los. Bringt den Turm zum Einstürzen. Sorgt dafür, dass der Transmitter nicht zerstört wird, Rico. Sstand España, Marsch, Rico. Senhor, Sie sind imismo, Altрач. Du musst diese Drohnen vom Transmitter fernhalten. Er wird nicht ewig durchhalten. Status? Arbeite noch dran. Hab's fast. Vielleicht. Mal los. Rico! Ich weiß. Der Transmitter. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Schickt jede einzelne Drohne los. Bringt den Turm zum Einstürzen. Sorgt dafür, dass der Transmitter nicht zerstört wird, Rico. Pantale man Marsch, Rico. Pantale man Marsch, Rico. Status? Arbeite noch dran. Hab's fast. Vielleicht. Pass auf, Rico. Ein Panzer ist auf dem Weg zu dir. Da bist du ja. Hab ihn. Download läuft. Zehn Sekunden. Und ich hab den Kodierungsschlüssel. Ich fange an, die Blaupausen zu dekodieren. Okay. Sobald wir diese Fabrik haben, können wir mit dem Bau unserer eigenen Drohnen anfangen. Gute Arbeit, Rico. Wir sprechen uns, Sargento. Wir sprechen uns, Sargento. Wir sprechen uns, Sargento. Wir sprechen uns, Sargento. Wir sprechen uns, Sargento.